So Freunde, Karoel sagt hier, Bitcoin wird nur einen 4x Anstieg hinlegen und jeder gute Allcoin sollte Bitcoin outperformen. Bei der zweiten Behauptung muss ich ihm recht geben, obwohl auch das nicht so einfach ist. Denn der Kryptomarkt wächst viel zu schnell. Es ist immer noch dieser kleine, unbekannte, extrem unterbewertete Markt und vor allem nun im Bärenmarkt kommen schneller neue Projekte hinzu, als Liquidität in den Markt reinkommt. Auch wenn wir im Boron ein Total Crypto Market Cap haben sollten von 10 Billionen US Dollar, werden wir sehr wahrscheinlich mehr als eine Verzehnfachung in der Anzahl der Projekte sehen. Wie komme ich jetzt auf eine Verzehnfachung? Naja, weil 10 Billionen Total Crypto Market Cap auch eine Verzehnfachung vom Bärenmarkt aus wären. Also kommt noch langsamer Liquidität in den Markt als neue Projekte hinzukommen. So kann es sein, dass auch gute Allcoins Bitcoin nicht mal im Anstieg outperformen können, vor allem wenn die richtige Zeit nicht gekommen ist. Im Boron 2018 sind Zahlungcoins getrennt und im Hype tausendfach gestiegen. 2021 war vor allem mit der Ripple-Klage jedoch absolut nicht die richtige Zeit und XRP und andere OG-Zahlungcoins haben was den Anstieg angeht höflich gesagt nicht abgeliefert. Wenn man sich diese Studie anschaut, dann sieht man, dass auch einige andere Allcoins Bitcoin nicht outperformen konnten. Dennoch hat der Allcoin-Markt im Durchschnitt 127x gemacht. Und wir sehen hier in dieser Tabelle in der rechten Spalte viele rote Zahlen. Diese haben Bitcoin nicht outperformt. Wie hat der Allcoin-Markt als Ganzes jedoch Bitcoin im Durchschnitt 6-fach überrundet im Anstieg? Also 6-fach outperformt, denn Bitcoin hatte einen 21x Anstieg gemacht und der Durchschnitt des Allcoin-Marktes hat einen 127x gemacht. Vor allem sind bis zum Boron nur 4,5% von diesen Projekten gestorben. Nun wird jemand sagen, jedes 20. Projekt ist vor dem Boron gestorben, das ist unfassbar viel. Und an dieser Stelle muss man sagen, ja, das ist nicht wenig, aber auch am Aktienmarkt sterben Unternehmen und Aktien gehen auf Null. Und diese 4,5% sind im Kontext wenig, weil bestimmte Bitcoin-Maximalisten immer einem vermitteln wollen, alle Allcoins sind Shitcoins. Um jedoch zurück zum Thema zu kommen. Hier in der rechten Spalte sind viele rote Zahlen. Wie kommen wir dann auf einen 127x Durchschnitt? Und das sind klipp und klar die Ausreißer, welche den Durchschnitt hochziehen. Es sind alle Projekte über einem 200x Anstieg und wenn wir hier so durchscrollen, sieht man wirklich einige davon. Diese Projekte hätte man sich genug informiert, wären 2019 sehr leicht erkennbar gewesen. Der Markt reguliert sich von alleine und schüttet die Gewinne für die kompetentesten Menschen aus. Natürlich spielt ein Allcoin-Hype-Thema eine große Rolle, aber ihr versteht, was ich meine. Um damit auf die erste Behauptung in seinem Kommentar zu kommen, er sagte, Bitcoin wird maximal einen 4x Anstieg hinlegen. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Preis er redet, ob er das aktuelle Bottom oder den aktuellen Preis meint. Ein 4x vom aktuellen Preis wären 140.000 US Dollar bei Bitcoin und das ist ein realistisches Preishale, aber auch da gibt es bei perfekten Bedingungen noch mehr Potenzial nach oben. Wenn er das aktuelle Bottom meint, dann wäre sein Bitcoin-Preis von 60.000 US Dollar und das würde absolut keinen Sinn ergeben. Bitcoin mit dem Rohstoffaspekt und der Entwicklung der letzten Zeit wird das All-Time-Height des letzten Bullruns definitiv brechen, vor allem, weil das durch die Corona-Folgen abgebremst war. Jedoch war der Bitcoin-Anstieg nicht nur durch Corona abgebremst, sondern der All-Coin-Markt staubt immer mehr Liquidität und Aufmerksamkeit ab. Wenn wir uns diese Studie zu den All-Coin-Seasons ansehen, dann sehen wir, wie Bitcoin pro Bitcoin-Season immer weniger Dominanz ausbauen kann. Ich meine, was gibt es noch für bessere News als aktuell mit dem Bitcoin-ETF und den Banken-Crashes im März 2023 und wir gucken bei 53% Dominanz rum. Vor 2-3 Jahren wären wir locker bei 70-80% Dominanz gewesen. Der All-Coin-Markt blüht auf und staubt immer mehr vom Potenzial ab und das ist zu einigen Fanatikern ein Dorn im Auge. Aber wie gesagt, der Markt reguliert sich von selber. Man kann sich hinsetzen und tagelang All-Coins als Shit-Coins bezeichnen, der Weltmarkt schüttet jedoch Gewinne immer Menschen mit dem meisten Mehrwert aus. Zum Mehrwert kommen wir gleich noch, um es jedoch zusammenzufassen. Bitcoin wird definitiv mehr als ein 4X machen, aber das digitale Gold verliert im Vergleich zu früh an prozentualer Aufmerksamkeit. Der All-Coin-Markt blüht auf und wird Bitcoin diesmal noch gewaltiger outperformen als im letzten Bullrun. Um zum Mehrwert zurückzukommen, bietet eine Kryptobörse enormen Mehrwert. Bitwavo ist EU-reguliert und alle Kundeneinlagen sind bis 100.000 Euro vor Diebstahl und Hacks versichert. Als wäre das nicht genug, kann Bitwavo von den Gebühren her mit dubiosen Offshore-Börsen mithalten. Über meinen Link gibt es exklusiv 20 Euro Startguthaben für kurze Zeit und die anderen Vorteile. Like und Abo nicht vergessen, bis demnächst, euer Big Daddy.